Ja, 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 herzlich willkommen wieder auf Tony Totschläger TV hier zum 8. Finale. Wir sind wieder am Start. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt Gas geben können halt da Richtung Finale. Warten wir mal hier auf unseren Gegner. Gucken, was wir hier kriegen. Oh, mal einen komplett anderen Gegner hier. Was ist das? Schweiz, ne? Oder Norwegen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, Alter. Ne, Schweiz. Genau. Okay. Ja, Messi wieder am Start, ey. Wie viele Leute ziehen denn in Messi, Alter? Boah, krasse Abwehr, ey. Piqué. Kompany. Ui, 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 ui. Das wird ein schweres Spiel, Alter. Der hat ja alles, was man so braucht, Alter. Krass. Also. Boah, es leckt. Sauber. Kriegen wir wieder einen, der leckt. Fängt ja gut an, ja. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tore raus aus dem Angriff. Schnell er die Richtung ändern konnte und dich nicht. Das ist schon ziemlich seltsam. Spielen wir direkt mit unserer eigenen Taktik. Gucken, was wir hier so reißen können damit. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall auf ihn, ja. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ach, scheiße, Alter. Hat er uns mies von... Nein, ey. Boah, Glück, Alter. Ey, ich konnte ihn nicht umschalten, Mann. Was war das, Mann? Was für ein Riesenglück, ey. Da wäre er hier fast drin gewesen. Da wechseln wir aber nochmal. Bam, Robben. Boah. Boah, schade, Alter. Da wäre er fast drin gewesen. Was? Ach, komm, Alter. Willst du mich verscheißern, Schiri? Das war ganz klar eine Ecke. Aber mehr als klar. Boah, Alter. Dieser Kompanie ist ein brutaler Brecher. Müssen wir uns hier auf jeden Fall ein bisschen mehr konzentrieren. Dürfen wir nicht so viel rumlabern. Auch wenn es ein Commentary ist. Nein. Oh, Gott, Alter. Sehr schön gelöst. Er muss schnell entscheiden. Und er entscheidet vorteil. Oder er entscheidet richtig. Komm schon, Robben. Robben. Und da läuft Jordi Alba. Jordi. Boah. Was? Er rettet noch weiter vor der Ecke. Hm. Boah, was braucht er denn so lange? Laufen wir direkt hier an der Seite lang. Ah, da kriegen wir die Ecke jetzt. Bin ich ja mal gespannt, Alter. Oh, Gott, Alter. Hätte er sich ja auch mal kurz vor ihn schieben können hier. Sehr schön gelöst. Zack. Walker. Walker. Auf Sturridge. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Oh, oh, oh. Nein. Richtung Tor, mein Freund. Richtung Tor. Aber den hätte Neuer wahrscheinlich eh gehalten. Wer weiß das schon. Oh, das ist mies jetzt, ja. Schön abgefangen hier. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Alter. Wenn ich hier nicht so viel rede, ich will auf jeden Fall ins Viertelfinale. Nein, 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 nein. Oh, da hat der Tony den Babo mäßig geklärt hier, Alter. Und gegen ihn ist mega krass schwer. Mega krass, Alter. Oh, schön gespielt hier auf Sturridge. 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 Ach, was, ey. Haben wir die so maßgenommen? Dann so eine Faxen, Alter. Sehr schön geklärt. Nein. Schön. Wir halten hier von Courtois. Courtois. Oh, das wird ein mieses Battle hier. Der ist auch gut. Oh, Abseits, oder? Nee, kein Abseits. Spielen wir mal da ein. Oh, nein. Schieß doch. Warum schießt du denn nicht, Alter? Warum musst du köpfen? Ah, wie so ein Knecht, Alter. Gebe ich ihm so einen geilen Pass, ey, und er köpft. Wie so ein Lappen, Mann. Oh, nein, Alter. Zum Glück hat er den verstockelt. Was hat er den Fehler gemacht hier? Robben. Robbenlauf. Robben. Sturridge. Nein. Oh, was macht er denn, Alter? Ich hab doch gar nicht mehr geschossen. Junge, Junge, Junge. Und er steht vor allen Dingen immer genau da, wo er als Verteidiger stehen muss. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück hier. Wieder auf Messi. Alter, ist ja schnell, Digga. Sturridge. Oh. Oh, Mann, ist das ein Fight hier, Alter. Nein, komm doch raus. Komm doch raus. Sauber. Boah, das war auch schon wieder mega knapp. Der Gegner ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ey, wo willst du hin, Robben, Mann? Was ist denn los mit euch? Nein, er trennt in die Luft, Alter. Nein. Oh, mein Gott. Das gibt's doch einfach nicht. So eine Kacke, Alter. Ach. Kutzt doch an, hier, sowas. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren, Alter. Sonst ist das hier gelaufen. Ey, du kleiner Bauer, Alter. Warum drückst du jetzt auf Pause, Mann? Gibt doch gar keinen Grund. Ja, normal, Junge. Ey, so eine Fotze, ne? Zum Glück können wir an den retten, Alter. Drückt der eiskalt auf Pause, der Schweizer, Junge. Der Schweizer, Junge. Der Glücks-Benz hier mit seinem Team. Will nicht wissen, wie viel Geld er investiert hat. Sauber. Ach, mein Gott, Alter. Er hat so krasse Abwehrspieler, ne? Das ist doch hässlich, da durchzukommen, Alter. Hau ab, Junge. Ja, Alter, was war das für eine scheiß erste Hälfte, Mann. Ja, wollte ich gar nicht drücken, Mann. Verdammte Scheiße, ey. Ihr könnt heulen, Alter. Ja, mach mal Anschluss-Cheat, Alter. Junge, Junge, Junge. Irgendwie macht den jeder, ne? Ja, Lionel Messi, Alter. Fick der Wichser, Alter. Ich... Oh, mein Gott. Wie kann man so eine Fotze sein, Alter? Ehrlich. Wie kann man so viel Geld da rein investieren, Alter? Bin so angepisst, ne? Jedens Mal, Alter. Wie kann denn jeder Messi haben, Alter? Gib mir den doch auch mal, Alter. Oh, mein Gott, Alter. Da hab ich doch gar nicht hingedrückt. Mist, gut. Da kommt er. Da kommt er. Ey, er hält ihn. Er hält ihn. Er hält ihn, Junge. Er hält ihn. Schieß doch mal. Was ist denn hier los, Alter? Ey, ich drück ganz Zeit. Das ist so verzögert, Mann. Diesem Mistgeburten, Mann. EA Forts, Alter. Ah, gib ihn rot, Alter, den Fotzenkopf, Mann. Was ist das? Dafür gibt's eh wieder nur gelbe. Lächerlich, Alter. Einfach nur lächerlich, dass es für sowas eine gelbe gibt. Aber wirklich mehr als lächerlich. Egal, wir geben hier nicht auf. Wir wollen, wir wollen weiterkommen, Alter. Wir müssen weiterkommen. Warum, Alter? Ich hab einmal kurz gedrückt, Mann. Warum spielt er auf Sturridge, Mann, der am weitesten wegsteht? Ah, ey, du. Ey, bist du behindert, Junge, Alter? Warum drückst du jetzt auf Pause? Guck mal, wie... Wie kann man so behindert sein, Mann? Du bist einfach richtig dumm, Alter, du Fotzenkopf, Mann. Piss dich. Ja, ja, ja. Ey, das ist so verzögert, ne? Wann die erst einmal spielen, ey. Da könnte ich kotzen, Mann. Ey, wir spielen viel besser. Ich komm darauf gar nicht klar. Jetzt lag das noch. Brutal. Ja, du bist so ein kleiner Hurensohn, ne? Was bringt dir das, Mann? Willst du mich aufregen, du Mistkörper? Kann man nur so behindert sein, Alter. So ein kleiner Bastard, ey. Los, drück. Ah, dieses Scheißspiel macht mich rasend, Alter, ey. Jetzt scheiden wir einfach so im Achtelfinale wahrscheinlich aus, ja. Zum Kotzen, Mann. Was hat er denn jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht? Hä? Er hat doch gar nicht ausgewechselt, Alter. Ja, normal setzt er sich da nicht durch. Normal, Alter. Schüle ist ein richtiger Eierkopf, Alter. Gib mal den Ball, Herr, Digga. Schüle kommt jetzt raus, Alter. Jetzt drücken wir hier auch mal Pause. Weil du so ein scheiß schwule Schwuchtel bist, Alter. So, Schüle raus. Und wir bringen Echravi. Ähm. Nuller. Pirlo. Wir bringen mal Pirlo. Für Schavi. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber... Ich muss mal gucken. Oh, Mann, Alter. Was ist da los, Digga? Was ist da los? Sogar sein starker Fuß, er macht ihn nicht, Alter. Sie sollen das Spiel ergänzen. Ganz schlechte Ecke. Oh, mein Gott, Alter. Oh, mein Gott. Ey, ich raste gleich aus, ne? Das ist gleich echt so weit, Alter. Er steht da ganz alleine, Mann. So ein Pisser, Alter. Du bist so ein richtig kleiner Schwanzlutscher, Alter. Lass dir das gesagt sein. Komm schon, Echravi. Echravi. Sturridge. Oh. Oh, mein Gott, Alter. Ja, du bist es, Alter. Du bist es. Ja, wir sind definitiv draußen, Alter. Hier haben wir einfach nur Scheiße gespielt. Der Gegner war so ein... Ey. Mein Gott, Alter. Mein Gott. Warum, Alter? Wieso spielen die nie dahin, Alter, wo ich... ...es will, Alter? Schöner Pass hier. Okay, machen wir aber. Was? Digga, Alter. Er trifft ihn nicht, Mann. Boah. 76. Minute, Alter. Mann, Alter, der hält einfach alles. Ich will auch Neuer im Tor haben. Oh, mein Gott. Mann, Alter, fliegen wir hier so eiskalt raus. Ich glaube das einfach nicht. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Mehr soll Özil jetzt. Ja, ja, Alter. Ich muss unbedingt auf, wenn Geiles noch ziehen, Alter. Holen Sie sich den Ball zurück. Um die Abwehr ein bisschen zu verstärken. Junge, Junge, Junge. Ich komme einfach da nicht durch. Egal, was ich... Boah, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Der, ehrlich. Dass wir so hoch hier verlieren. Aber echt hoch verloren, Alter. Ja, Alter. Ich kann auch nichts machen, Alter. Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann nichts gegen ihn machen. Er schießt gar nicht weg. Boah, jetzt erst. Ey, Mann, Alter. Ihr, ey. Warum immer ich? Warum? Wie soll ich denn so... Er spielt da durch. Ich wollte ihn einfach unten anspielen, Alter. Was ist los, Mann? Dicker, Alter. Ja, geil, Alter. Wir sind eh draußen. Das hat sich erledigt. Können schon wieder alles kaputt schlagen, Alter. Ohne Witz. So ein Hurensohn-Gegner, Alter. Richtiger Schwanzlutscher. Oh mein Gott, Alter. Was machst du da, Robben, Alter? Was machst du da? Seitdem ich Pirlo eingewechselt habe, läuft überhaupt gar nichts mehr, Alter. Xavi ist definitiv der bessere Mann. Gott, Alter. Was ist denn los, Mann? Die lassen sich die ganze Zeit so... Oh mein Gott, Alter. War das ein trauriges Spiel, oder? Geht, wir hatten unsere Chancen, aber Neuer hat alles gehalten, Mann. Und er hat seine Dinge auch als Kalt verwandelt, ne? Mit seinem Missy, Junge. So ein Missy-Nightse, Alter. Da sind wir draußen im Achtelfinale ausgeschieden, ey. Lächerlich, Mann. Normalerweise sind wir schon mal Weltmeister geworden. Guckt euch das an, Alter. 12 zu 6 Schüsse. Seine Abwehr, sein Torwart, Alter. Scheiße, Mann. Zeig mal her, das Pack. Ja, momentan geht's nicht, Alter. Hab ich im letzten Spiel gemerkt, was nicht geht, Alter. Brutale Verzögerung. Ekelhaft, sowas. So, wir hier gekriegt, Alter. Kapino, der griechische Torwart. Sauber. Tch. Was sollen wir mit ihnen, Alter? Alles klar, meine Freunde. Tja, da sind wir ausgeschieden. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Werden wir wieder anfangen in der fucking Gruppenphase. Haut da rein.